Harry Huth, ich sag guten Morgen. Heute am 27. November 2017, 9.55 Uhr, wir haben 24 Grad. Keinen Wind, ja, schöne Wellen, keine Wolken, ein traumhafter Tag. Keinen Wind, ja, schön, schön, schön. Keinen Wind, ja, schön, schön. Ja, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten, kaufen, www.check7x24.com. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns und wünschen einen wunderschönen Winter.